Hallo, mein Name ist Sven Hansen. Ich bin Bankangestellter auf Sylt. Das ist meine Mama, das ist mein Chef. Kleine Bestechung, Hansen, ja? Und hier die Schweizer Berghütte, da mach ich grad ne Woche Urlaub. Hier hab ich auch die beiden kennengelernt. Scheiße, was passiert? Den Willi und den Achim. Willi ist Hartz-IV-Empfänger. Mir ist warm. Und Achim sagt, er wäre ne ziemlich große Nummer in der Reederei seines Schwiegervaters. Von mir kriegen Sie jeden Ball. Direkt zurück. Bam, bam, bam. Und jetzt, wo ganz Deutschland im WM-Fieber steckt, fahren wir nach Sylt, um das Schwarzgeld aus meiner Bank zu klauen. Es gibt nur ein Problem. Ich bin tot. Das war die absurdeste Nummer, die mir je untergekommen ist. Ich halte doch nicht mal einen Gegenstand ein, der so dämlich ist wie du. Wenn man den nicht mehr verwenden kann, dann Gnade dir Gott! Es ist nichts passiert. Er ist wie neu. Bis zum Ellenbogen. Schon mal was von Ebber und Flut gehört, du Knalltüte? Mit Jan-Josef Liefers, Stefan Kurt und Justus von Donami. Für meinen Freund bitte ein Bier. 0-3 oder 0-4. 0-5. Untertitelung des ZDF, 2020